Ich bin überzeugt, dass wir ein gutes Trainerteam geholt haben, unabhängig von gleichen Ergebnissen zu holen, sondern die werden wir irgendwann dann holen. Und wir werden auf das Angesprochene jetzt, dass wir der große Favorit sind. Ich habe es im kleinen Kreis vorhin gesagt, wir werden das Ganze auch mit Demo da angehen, weil wir wissen, dass es eine ganz schwierige Saison wird für uns. Wir haben ein klares Ziel ausgegeben, aber wir wissen auch, dass es ganz schwer zu erreichen ist, weil ich glaube, es ist schwieriger aufzusteigen, als drin zu bleiben. Leicht ist, es drin zu bleiben. Wir sind nicht drin geblieben mit 22 Punkten, sondern wir sind richtig abgestiegen. Und deshalb wissen wir bei unserem ganzen Ziel, dass es ein schwerer Weg wird, den wir jetzt gehen. Die Jungs freuen sich darauf, dass es jetzt endlich losgeht. Und so ist es bei uns allen. Ich glaube, jetzt irgendwann ist der Punkt gekommen. Jetzt reicht es auch. Jetzt haben wir genug Vorbereitung hinter uns und jetzt wollen wir auch Punkte holen. Aber wir haben schon den Anspruch, dominant zu sein und den Gegner in Spielsituationen zu bringen, wo wir dann den Vorteil haben. Das ist schon unser Anspruch. Sie wissen selber, Herr Haftrichs, dass er ein intelligenter Bursche ist, der sich nicht nur im Spiel durchsetzen kann, sondern sich auch im Mannschaftskreis dann durchsetzt. Und dementsprechend ist es, glaube ich, auch die richtige Wahl aus meiner Sicht. Wenn ich Spieler gewesen wäre, hätte ich ein Auge gewählt. Außer ich wäre selber Spieler gewesen, hätte ich mich natürlich gewählt, klar. Vielen Dank. Vielen Dank.